Aua, du hast mich umgefahren, was soll das? Hi Leute, ich bin Ava, willkommen bei AllsAvaGames und heute ist die Woche dabei. Hello! Und wir machen heute eine Challenge. Heute machen wir was ganz Besonderes. Ich darf selber Roblox spielen. Ich habe nichts in Roblox. Adopt me. Nichts. Ich habe kein Geld, ich habe keine Pads. Und da habe ich zu Ava gesagt, ey wie wäre es denn, wir machen mal so ein cooles Video. Du musst mir alles kaufen, was ich anfasse und Ava hat gesagt, das wird teuer, nicht so sicher als dein Geld. Und ja, und dann hat sie Ja gesagt und das machen wir jetzt. Ja, ich bin hier jetzt auch mit Fuss. Wir gehen jetzt zu den Gifts, ja, zum Gift-Display. Das weiß ich nicht, ob ich über deine Ding kommt. Bist du da auch? Ja, wir können dann vielleicht hier auf meine Banana-Corpus. Komm schon, komm, lass dich auf meine Banana-Corpus. Wie schwer kann das Ding? Ja, du müsstest bitte stehen bleiben. Okay, kurz so, dann nehmen wir das da. Ja, das da kann ich wenigstens haben. Wo bist du denn? Hier! Aua, du hast mich umgefahren. Was soll das? Sit, ich bin reingegangen. Wo bist du hin? Also wenn er was außersehen anfasst, dann... Das kann ich das Schild haben? Nein. Hi Santa, kann ich den haben? Nein. Du kannst mit dem reden? Nee. Ich weiß, dass diese Geschenke nur doofes Zeug haben. Da will ich nichts. Okay. Den Snowman, den will ich. Ich kann dir ja eins nur mehr entgeben. Ich denke, ich habe noch eins. Ich will nichts haben. Ich will was anfassen. Okay, gut. Wie findet ihr eigentlich... Ha, jetzt werde ich schneller laufen, lass du. Mwahaha. Wie findet ihr eigentlich, dass das bei mir immer so Luftballons rauskommt? Oh, ich überlege mir immer noch, ob ich mir diese Sparkles kaufen sollte. Okay. Oh, da sind Geschenke, die will ich. Nein, die kannst du, die Puppe ist du. Nein, die kannst du nicht kaufen. Ich habe sie angefasst. Nein, hast du nicht. Du standest einfach nur hier. Ja, ich weiß nicht, wie es besser geht. Oh. Also kann man die nicht kaufen. Nein, die kann man nicht kaufen. Die kann man nur anfassen. Die sind doch so schön. Okay, dann auf ins Schloss. Nein, 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 nein. Auf und auf. Geradeaus. Ja, so. Ich kann nicht gut geradeaus laufen. Ich glaube, ich war es ganz zickzack mit meinen Ballons und ich freue mich. Oh, wow. Kommt, ich habe es geschafft. Ich bin da. Oh, ich bin aus Versehen. Jetzt gehe ich gar nicht aus dem Server raus. Ich will die Links. Die Snow Owl. Oh, du bist so. Ich habe sie angefasst. Habt ihr es gesehen? Okay. Warte, dann nenne ich sie schon mal Jade. Okay. Ich kriege eine Snow Owl. Wie macht ihr das immer? Ihr hüpft immer vor Freude. Guck. Ich hüpfe und ich klatsche. Guck. Ich hüpfe fast. Ich hüpfe und ich klatsche. Soll ich jetzt sagen, wie man es wirklich klatscht? Warte. Du stehst mir im Weg. Am Ende gebe ich dir dann alle Pets, okay? Guck, ich klatsche. Okay, am Ende gebe ich dir dann alles. Wie höre ich jetzt wieder auf zu klatschen? Beweg dich. Okay. So, was willst du noch? Was kannst du noch? Ich will einen Snowman. Warte, wie fasse ich ihn an? Du hast den Yeti angefasst. Den will ich aber nicht. Du bekommst den aber jetzt. Ich will aber keinen Yeti. Und du hast auch den Snowman angefasst. Habe ich den echt schon angefasst? Ja, du warst fett. Ich habe ihn noch mal angefasst. Nein, du bekommst den noch einmal. Die Regel vom Spiel ist, ich habe ihn noch mal angefasst. Ich kriege noch einen Snowman. Okay. Oh, du hast einen Snowman angefasst. Ehrlich? Ja. Du bist da drüber gelaufen. Oh, jetzt hast du den Frosty angefasst. Echt? Ja. Habe ich den schon angefasst? Du bist gerade an den Frosty. Okay, schnell wieder weg. Ich habe auch jetzt die Links angefasst. Okay, nochmal links. Kannst du mir auch so. Oh, du hast den Moskosk angefasst. Oh Gott, Leute. Den wollte ich aber gar nicht. Jetzt bekommst du ihn. Hier hat einen Train. Sogar wenn Sachen nicht will, bekommst du Sachen. Cool. Ich habe jetzt ein richtig tolles Inventar. From Zero to Hero. Wow. Und ich zeige euch jetzt mein Inventar. Ihr werdet auch machen. Wow, Inventar-Check. Ich habe drei Schneemänner, zwei Yeti, einen Frostfury, einen links, diesen komischen Ochsen und ich habe ein Starter-Eck, das ich nicht aufmachen werde. Schön für dich. Und ich habe Petware. Ich brauche Petware. Äh. Ach, da läuft man. Warte. Oh, Schande. Ich bin ins Eis reingelaufen. Nein, okay. Nein, du warst doch schlimmer. Warte, geh mal schnell. Komm, warte. Nein, nein, nein. Warte, ich weiß nicht mehr, wie ich laufen kann. Ich kann aber hüpfen. Da. Hüpfen, 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 hüpfen. Ich bin so nie zu schieben. Du versuchst mich zu schieben. Guck, guck, folge mir. Guck. Da. Nein. Guck, gut. Folge. Ja. Da. Da. Ja. Komm, 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 komm. Ich weiß gar nicht, wo ich stehe. Warte, ich gehe nochmal zurück. Ich muss mich nochmal drehen. Ja, das ist ein Gitzel. Warte, ich will nicht, 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 wo ist die Petware? Oh, komm schon. Hör auf, da nicht zu laufen. Ach, da. Da ist noch mehr an einem anderen. Fass ich das gerade an? Ja. Was willst du noch? Das war's. Darin will ich nichts mehr. Okay, warte. Tschüss. Okay, gut. Aber dann gehen wir jetzt hier. Warte, ich gebe dir auch Nollipop, damit du schneller bist. Ach, das Hand kann ich niemals. Mach mich doch nicht schneller. Ich kann doch schon langsam nicht laufen. Hör auf, ich bin hier. Okay. Ah, ich laufe in der geraden Linie, nicht wie so besoffen. Bist du zum Pet Shop? Ja, wie kommt man da hin? Warte, stopp, stopp, stopp. Beweg dich nicht. Ich weiß nicht, wie das geht. Stopp. Setz dich hin. Jetzt können wir da schnell hinfahren. Kommst du? Hey. Kommst du? Kommst du? Ja, ja, ja. Kommst du? Achso, ich muss aussteigen, indem ich hüpfe, glaube ich, gell? Ja. Ja. Jetzt laufe... Nein, nein, stopp, 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 komm, laufe ganz langsam hinter mir her. Nein, nein, ich kann nicht. Da rein. Ja, nein, nein. Da rein. Okay. Hier wird es gefährlich. Hier sind nämlich da drüben Robux-Tiere. Uh. Das ist ein Astro. Oh, jetzt habe ich das angefasst. Hier ist das Astro Ball. Aber wenn wir erst mal hier fertig sind, gebe ich dir alles auf den Foto. Ich bin eine Disco-Kugel. Okay, die kostet auch Robux. Ah, wie komme ich da wieder raus? Oh, nein, Kugel. Ich komme ja nicht mehr raus. Oh, nicht ohne die Disco-Kugel. Wenn man nicht so genau weiß, wie man läuft, man ist wo, wo es teuer ist, das ist wie so ein Elefant im Porzellanladen. Ich will mal schwimmen gehen. Okay. Kann man das auch... Oh Gott, ich bin gerade abgesunken. Wie komme ich da wieder raus? Okay, weiß nicht. Nee. Oh je. Doch, ich bin geschwommen. Ich will einen Slot, weil den finde ich toll. Hüpf, hüpf, hüpf. Ja, du hast ihn angefasst. Okay, aber nur einmal. Du hast den Cerberus angefasst. Nein, habe ich nicht. Doch, hast du, du standst da. Ich kriege ein richtig tolles Inventar. Ich liebe es. Except I understand. Yay. Wie cool. Ich habe richtig tolle Sachen. Yay. Schön für dich. Willst du dann zur Nursery? Nee, ich glaube wir haben... Ja, doch. Okay, gut. Warum nicht? Ja. Ach so, da durch das Loch. Warte. Warte. Jetzt. Ich habe es geschafft. Oh, sieh. Ich bin reingegangen. Du bist wieder reingegangen. Jetzt bin ich wieder rausgegangen. Hallo, komm. Komm wieder hier rein. Nein. Hi Schneemann. Dich hätte ich gerne. Oh, was ist denn da in der Tür? Komm mal mit. Was? Da in der Tür. Was können wir da machen? Das ist die Nursery, wo wir gerade hinwollten. Ah, da bin ich richtig gelaufen. Yay. Also hier sind die Eier und so. Was willst du? Oh. Ich will ein... Hier ein königliches Ei. Okay. Ich will den Sir Wolfington. Nein, den kann man nicht kaufen. Ach, mit dem kann man nur reden? Ja. Ich will so ein Ei. Habe ich dir schon gekauft. Oh, jetzt habe ich es nochmal angefasst. Bap. Wie viel haben wir denn jetzt ausgegeben? Wenigstens 30.000. Teuer. Danke, dass ihr dabei wart, während ich Ei was Geld ausgegeben habe, das ich erst gekauft habe. Eigentlich habe ich mich nur selber arm gemacht. Deswegen war sie auch so gechillt. Es hat viel Spaß gemacht. Immerhin habe ich jetzt ein bisschen ein Inventar. Und wir sehen euch dann... Beim nächsten Mal. Bis hier, Lieben. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.